Oh. Hm. Nun. Machen wir das nochmal? Boah, das ist aber schon... Das sind ja fast 20 Sekunden. Die laufen jetzt genauso kacke. Nein! Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich hier einfach teilweise die Maskenopfer, schon wieder losgelassen. Das ist so ein dummer Spaten, ey. Ja gut. Ja gut. Duh! Ah, ich glaub, das gibt sogar was. Ich glaub, das gibt was. Äh! Scheiße, das wär so gut geworden. Okay, ich sollte abwarten, bis der erste Typ schmeißt. Wollte grad sagen, jetzt ist hier zwar alles anders... ...schon wieder losgelassen. Ich will mal gern wissen, woran das liegt. Oh, mein Gott! So. So. Da wollte ich zu viel, da muss ich abwarten. Ach, scheiße. Nee. Aber das war gar nicht mal so schlecht gerade. So. So. Oh, komm her. So. 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 Oh Gott. Der hat losgelassen, der Pisser. Oh, ich fasse es nicht. Oh, fuck. Mann, ey, das ist echt ätzend. Schon wieder. Oh, ich weiß nicht, warum der da so komisch fliegt. Nein, warum habe ich die verloren? Schon wieder losgelassen. Voll in die Kamera geschleudert. Mal sehen, was das gibt jetzt gleich hier. Mal sehen, was das ist. Ja, das war jetzt blöd, egal. Nee, das ist scheiße so. Ja. Toll, wieder verballert. Das lässt an der Stille immer los, immer. Die zählt nicht. Doch, zählt wohl. Der lässt den mal los, der Pisser. Warum macht der das denn? Pfff. Also, die Kletterpassagen sind echt... In allen Spielen, glaube ich, die beschissensten. In allen Spielen, glaube ich, die beschissensten. Wie kann man denn sowas programmieren? Schon wieder losgelassen. Schon wieder losgelassen. Ich glaube, das ist auch ein Kletterpassagen ist, wie wir, dieu. Wir sehen, wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wie kann man denn das? Wie kann man denn das? Wie kann man denn das? Oh mein Gott. So, da habe ich mir jetzt am Ende aber nochmal Zeit gelassen, weil ich habe echt keinen Bock dann nochmal runterzufallen, weil Crash meint, du bist mir zu schnell. Ich kann mich nicht festhalten. Irgendwie so. So, ich speichere jetzt wieder ab. Wichtig. Ne, ich trinke erstmal was. Ich hoffe mal, dass es in den Remaster, Remake, Remaster Plus, keine Trophäe gibt, von wegen hol alle Platin-Relikte. Aber ich kenne mein Glück. Ich glaube, da werde ich sehr lange dran haben. Aber es würde mich interessieren, ob die andere Zeit nehmen, weil eigentlich müssten sie es nehmen, weil das Spiel an sich wirklich ein bisschen langsamer aussieht als das Original. So, das haben wir hier, das heißt, wir gehen jetzt hier in die Elf und das ist Dynamite. Ähm... 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 Ähm...